So, ich bin jetzt nur in dieser Laserfalle einfach. Habt ihr jetzt gemacht noch? Ach. Ja, hier wollte ich hin. Äh, ne. Hier ist ein Typ. Ich hör hier einen Typ. Das heißt, wir sind richtig, glaub ich. Immer wenn Typen kommen, sind wir richtig. Das ist eigentlich immer so diese spezifische Aussage. Was ist das hier eigentlich alles? Wie komm ich denn jetzt hier wieder runter? Also, ich geh mal kurz auf die Seite. Ich weiß auch gar nicht, warum wir noch eine Disc haben. Ich bin ja froh, aber ich hab keine Ahnung, wie wir die gefunden haben. Äh, ja. Gut. Da war ein großes Medipack. Das weiß ich noch. Ich. Ähm, ja. Nein! Du bist doch bescheuert. Äh! Äh! Das hat sich schon so in der Kante festgehalten. Das hängt hier nicht auf. Ich glaub hier unten. Hier hinten muss jetzt so ein Sicherheitsstecker rein. Aber unten war was. Ich will ja gar nicht, dass ich das ganze Zeit Leben verliere. Aber ich will das jetzt gucken. Ich bin total aufgeregt, ob das da jetzt reinpasst. Erinnert ihr euch? Hier? Komm. Ja, sie passt rein! Ach. Oh, genau. Der Scheiß, Leute. Jetzt dieses Teil oben. Und jetzt hätten wir das Ganze sprengen können. Das ist ja mit zwei Folgen oder drei Folgen verbraucht. Also wir haben praktisch jetzt doch nicht den Sheet angewendet. Ich hab alles nochmal gemacht jetzt. Okay. Ich hab eigentlich den Sheet angewendet, aber ich hab das Ganze jetzt nicht übersprungen. Jetzt denkt man sich, hä? Er hat hier diesen ganzen Scheiß gemacht und muss zu diesem Zugabteil, wo ich gerade schon hin wollte. Ich dreh sowas von dort. Das ist so ne Scheiße. Heißt, wir müssen jetzt zu diesem Zugabteil zurück. Das heißt, ich lad jetzt mal einen älteren Spielstand, gegebenenfalls. 140 sind wir jetzt. 139? Haben wir noch 138? Nee. Okay, dann mach ich bei dem jetzt hier 134. Ich hab mal jetzt noch. Aber mach ich hier jetzt, weil... Blut. Und gehen wir jetzt zu dem Zugabteil, wo ich ja unbedingt nicht hin wollte. Das ist so... Ich krieg jetzt so einen Brechreiz, Leute, weil ich hasse diesen Zugabteil. Das ist so ein Mistscheiß. Hier ist nämlich Strom drauf. Zeig ich euch jetzt mal. Da. Nee, wirst du von Nevada kennen wir es ja auch noch im vorletzten Level. Jetzt hab ich den Typen gerade wieder gehört. Ja. Trägt dich wieder ein. Schön. Da ist er. Komm, sterb. Dankeschön. Ich hab gedacht, ich könnte jetzt locker abkürzen. Ich bin meiner Schwester damals ja auch nicht weitergekommen, weil das... so ein Scheiß ist. Und dann kann man nicht abspeichern. Wenn man auf dem Zug aufgekommen ist, dann kann man ja nicht abspeichern. Ihr habt jetzt... In dem Level, glaube ich, zwei Speicherkristalle oder so. Also zwei Heilstationen, die auf der PS1-Version Speicherkristalle waren gefunden, Leute. Das war jetzt echt knapp. Das war aber gut von mir gerade. Auch die Reaktion. Ich trau das alles hier nicht richtig. Wehe dem hier. Man konnte ja noch irgendwelche Schalter drücken. Warte mal. Das war ganz komisch. Suchen jetzt hier erstmal alles ab. Und gehen ja unten erstmal am Zug lang. Hier ist hier überall Strom drauf. Und hier war so ein Eingang. Ja. Und hier war aber nichts, glaube ich. Beziehungsweise war hier, glaube ich, so eine... Genau. Hier war so eine Tür, die... Komm, passt auf jetzt. Hier, da ist einfach mal so eine Glasscheibe davor. Ähm, ja. Das ist alles nicht sehr trauendabweckend. Jetzt kann er mal hier hoch. Und hier war, glaube ich, ein Schalter. Der hat ja nicht einmal den Strom ausgestellt, glaube ich. Das ist ja das Nächste. Oh, ich kann jetzt so ausrasten. Ich raste gerade schon ziemlich aus. Ich wollte das jetzt einfach abkürzen. Wir hätten hier alles abkürzen können. Man kann das abkürzen, aber ich hatte es jetzt nicht mehr im Kopf. Also wir haben... Wollten abkürzen. Ich habe den Sheet verwendet. Also diesen kleinen Bug, sage ich jetzt. Mit meinen Anführungszeichen. Aber wir haben es jetzt doch alles nochmal gemacht. Erst jetzt wäre die ganze Bombe geplatzt. Und wir hätten ab hier das alles jetzt machen können. Ah. Ist der Strom jetzt schon aus? Ne, ist er halt noch nicht. Aber jetzt denkt man sich, was hat sich denn getan? Was steht da? Steht einer und schlägt mit seinem Stock auf die Hand. Ähm. Ähm. Nur ein Schläger. Oh, jetzt komm. Steh auf. Ich bin so bescheuert. Ich hasse diesen Abteil allgemein auch. Was? Oh, das ist doch ein Scherz jetzt. Man kann ja überall nicht da lang, wo man lang will. Oh. Leck mich am Arsch. Echt jetzt mal. Was machst du denn? Ich brauche nicht die ganze Folge. Ich will jetzt auch nicht die nächste Folge hier noch drin hängen. Ich will eigentlich in der Folge das schon fertig kriegen. Das sind nur noch acht Minuten. Also lieber jetzt beeil dich mal ein bisschen. So. Sehr schön. Dududududem. Dududududem. Läuft ich jetzt hier zwei herum oder was? Furchtbar. Oh. Diese Typen, Leute. Ach nee. Trotzdem. Obwohl ich das Level nicht so mag und dass ich die Stelle auch hasse, macht mir Spaß zu spielen. Also das ist auch... Hat man vielleicht irgendwas? Nö. Na, der kann da draufsteigen. Der kann da drauf. Wollt ihr mich gerade vor Gag eiern? Was ist das für eine Logik, bitte? Oh, ist dieser Eingang jetzt frei? Nö, da ist immer noch so eine unsichtbare Wand davor. Leute, jetzt mal ehrlich. Was soll das? Ich speichere mal kurz zwischen, weil... Hm? Ist hier noch Strom drauf? Ja, ist allerdings. Hier ist überall noch Strom drauf. Scheiße. Was ist denn das hier eigentlich? Hier war ich ja auch schon oben. Hier ist ja nichts. Außer Munition. Ach, gleich ist er gar nicht aufgehoben. Stimmt. Man kann hier auch weder irgendwo reingreifen, noch irgendwas anderes tun. Du bist doch behämmert. Ich weiß, was ich jetzt mache, 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 mache. Oh. Äh. Es wäre sehr schön, wenn ich jetzt hier mal danke. Schalten und walten könnte. Der Typ da unten liegt. Und Schrot-Munition. Und Schrot-Munition. Speichere ich nochmal ab, weil ich es ja nicht so oft mache. Wo ist denn hier oben, was passiert? Das war irgendwie voll komisch. Kann man jetzt nicht hier auf die Platten zugreifen? Und da war irgendwie der Strom aus oder so? Der ist ja weiterhin anders. Das ist ja das Komische. Ja, sieht man. Und da auf diesem Zwischenabteil, da konnte man, glaube ich, irgendwas tun. Da auf, hier auf diesem Teil, da war irgendwas. Soll ich es jetzt aber nicht kriegen. Soll ich es eigentlich mal probieren? Nee. Ich habe immer, dass du einen Hallenstand machst, glaube ich. Nee. Hallo? Der hört nicht. Leute, hier war was. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ja. 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 Hilfe. Hier vorne ist ja dann unniss passiert. Ich werde gleich nachgucken. Die Folge geht sowieso nicht mehr lange. Ich habe auch keinen Bock, mich hier ewig aufzuhalten, weil ich... Nein! 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 Das ist doch sowas von scheiße. Ich kann euch auch sagen, warum. Hier ist ja noch kurz mit euch noch zwei Minütchen und dann gucke ich nach, wie es weitergeht. Weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt hier mehr Weihnachtsmann zu spielen und zu glotzen. Und ich habe auch diesen ganzen Abschnitt hier an diesem Level. Das Level kann ja auch sehr schön sein, aber... Das bringt ja auch nichts. Wenn man jetzt da hinten nochmal geht, soll ich jetzt da hinten ja irgendwas... Da waren wir ja schon oben. Das ist ja der nächste Punkt. Da war ja auch nichts. Ich könnte dann nochmal hochgehen und nochmal irgendwas gucken, aber... Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass das noch irgendwas bringt jetzt. Ah, mein Zahn, ganz locker. Der Schöner steht ja auch auf grün. Das ist ja das meines Nächste hier. Okay, Leute, ich mache jetzt Schluss. Guckt mir von der Auraya das Let's Play an und wir sehen uns dann in ein paar Minuten für euch in der nächsten Folge wieder. Bis gleich!